Hallo, ich zeig euch heute den Red Star Mod von Commander Conker 3, Red Alert, oh ne, Red Alert 3. So, und ab geht's. Red Star ist ein ziemlich alter Mod, also ist schon mal älter, von 2009, aber ich will trotzdem mein Modview darüber machen, deswegen passt das ja. So, los geht's. Schon wieder auf dem Wasser. Oh, da kommt Westwood. Ei, ei, ei. Westwood-Feeling. Ey, das ist richtig Westwood-Feeling mit den Einheiten. Mal da hin. Oh, der hat's Westwood-Feeling. Was soll das denn? So, jetzt baue ich ihn nicht mal auf. Jo. Komisch das da. Hm. Was soll ich am? Also mach auch immer. Hm, was soll ich machen? Oh, nee, ich nehm das da. Geldprämmchen bereit. Ziel wählen. Bau abgeschlossen. Einfach mal das da. Wird gebaut. Geldpäckchen. Jetzt hätte ich nicht genug Geld. Geldprämmchen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Sie sehen aus wie frisch von der Schule. Kann es sein, dass Sie sich verlaufen haben? Saboteur. Guck mal, ich gucke jetzt relativ jemals. Boah. Lustige Sachen. Lass mich persönlich. Hä? Das habe ich noch nicht begriffen. Ach so. War kein Mäste. Also ich hab gedacht, dass das nicht geht. Naja, besser als gar nicht, ne? Jetzt bau dich. Ich will ein anderes Gebäude bauen. Genau das da. Eine Waffenfabrik. Und danach ein Superreaktor. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Neue Bauoptionen. Jetzt wird gesammelt. Ein Mammutpanzer. Ui, 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 ui. Jetzt wird's arm. Also dieser Mammutpanzer finde ich immer noch die Härte. Schlechter geht's nicht. Der Sloppanzer süß. Dann sieht's aus wie Schocktherapie. Außer dass es keine Reaper gibt. Hä? Ich? Jawohl! Ich bin hier! Ich bin unschuldig, ehrlich. Minen. Ja, ja. Alles klar. Flaggeschütz. Hier, Hammer. Mischen wir sie auf. Hammer ist einsatzbereit. Was kann das jetzt? Wer macht Ärger? Oh. Es geht los. Also Testschießen geht nicht. Ja, nein. Du sollst ja nicht jetzt hinschießen. Leute. Macht mal hinne. So. Jetzt kommt erstmal so ein Reaktor runter. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Feindliche? Wo? Oh mein Gott. 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 Ich bin gar nicht mehr klar. Das geht gar nicht mehr klar. Aua. Hä? Äh? 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 Die Türme können sich leveln. Das ist ja perfekt. Das ist ja irre. Geil. Also das... Das ist wirklich... Das, was aus dem Markt richtig gut ist. Finde ich bis jetzt. Das ist richtig gut gemacht. Das ist ja, nicht so. Pacekeeper. Oh mein Gott. Pacekeeper. So, das war der erste Teil und ich hoffe, ihr guckt auch noch den zweiten Teil, wo ich die Gegner niederwalze.